press any button das haben wir gerade getan und damit starten wir heute weiter machen wir weiter mit little witch in the woods und schauen mal wie weit wir heute kommen falls ihr euch wundert alles klar viel spaß im lurk und falls euch wundert wo der kater liegt wieder mal nicht vor der kamera nein der liegt hinter mir das schön warm er kuschelt gerne wir haben es okay die haben wir ja wir haben die okay dann müssen wir erstmal liefern wir müssen sowieso zu ihr wir brauchen blueprints soweit ich mich erinnere müssen wir von ihr blueprints kaufen oder alles klar und hüpfen wir mal mit unserem tamagotchi häxchen rüber zur zur zum dorf hallo 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 aria do you have the blueprints yes of course i do is it for the villages villages houses yes that's right which village has moved me back this time the villager named roy roy ah the owner of the flower shop happen to have the flower shop blueprint too i put it up on the shop thank you we need anything ja so haben wir gleich ein bisschen geld gemacht damit wir uns das überhaupt leisten können hallo miss magic auf in den shop wir haben 460 500 braucht er kam er ja 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 und Dann können wir das erst am nächsten Tag machen. In der Zwischenzeit könnten wir theoretisch noch ein paar Sachen sammeln für unsere Tränke. Na, wie geht's denn so? Und die Bombenbox natürlich. Freut ihr euch schon aufs Wochenende? So, was haben wir hier? Steine, Stöcker, meh. Komm, wir gehen mal wieder den Viechern hier das Fell abziehen. Boim. Du auch. Boim. Au. Nee, komm, Essen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht sammeln. Wir haben ja hier noch. Hm. Ich muss mich am Wochenende nochmal umgucken, ob ich nicht eventuell doch nochmal irgendwie online eine Mikrofon. Mikrowelle finde. Weil so ganz ohne ist halt blöd, ne? Jetzt hat man sich eine schöne Suppe gemacht und ich koche leider immer für fünf. Hallo? Hast du schöne Erkältung? Oh no. Gute Besserung. Was Gute im Schlechten mal wieder, ne? So. Nee, aber trotzdem gute Besserung. Erkältung ist zwar nicht ganz so schlimm wie andere Sachen, aber kann da auch sehr, sehr nervig sein. Fühl ich mit dir. So. Hallo. Weglaufen. Boink. Dankeschön. Hallo. What would be cool to make? Any interesting stories? I don't know about that. Any interesting stories? Okay. I can't roll her nicht. Okay. War noch wahrscheinlich vor seiner Zeit. Bleiben hier, bleiben hier, bleiben hier. Jetzt feist sie wohl. Komm, 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 komm. Dankeschön für dein Fell. Auch wenn die Spende eher unfreiwillig war. Ja. Oh, er baut mir hier seine Sandkuchen, das ist süß. Hallo, Fluffel. Dankeschön. La 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 la. Eine Freundin von mir hatte vorgestern Geburtstag, meine Bekannte eher. Ich habe total vergessen, dir zu gratulieren. Das ist mir letzte Nacht im Traum eingefallen. Danke, Hirn, dass du mich im Traum daran erinnerst, dass ich vergessen habe, jemanden zu gratulieren. Finde ich interessant. Oh, mein armen Tierchen wieder das Fell ausgezogen. Oh, oh, oh. Oh. Mit einem sehr schönen, toller Schauspielergeburtstag. Welcher denn? Da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht so aus, mit den Geburtstagen von irgendwelchen Celebrities. Celebrities. Die gehen jetzt eh alle. Sammeln wir noch ein bisschen Zeug. Wir haben ja noch ordentlich Zeit und auch noch ein bisschen Ausdauer. Und da wir eh bis zum Morgen noch nichts machen müssen. Wir brauchen dringend Maple Herb. Das ist... Wir brauchen das in so rauen Mengen. Das ist furchtbar. Babin Tam Brea spielt zum Beispiel bei Babin in Berlin. Aha, okay. Den kenne ich gar nicht, ja, tatsächlich. Weil ich muss auch sagen, dass ich mich mit deutschen Schauspielern so gar nicht auskenne. Ich bin immer froh, wenn ich so einen Namen wieder erkenne, aber den kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber sehr spannend. Wo war das Sabin? Ähm... Ist das vielleicht der, der bei... Bis ich ihn sehen... Warte mal, ist das... Hat der nicht bei... 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 Narziss und Goldmund mitgespielt? War das der? Mit diesem ungewöhnlichen Gesicht? Dann kenne ich ihn doch. Alles klar. Ach, der ist da. So geht's. Sabin, Sabin. Da war doch was. Also, ich muss ja sagen, der Name passt irgendwie zu ihm. Ja, doch, der ist ein guter Schauspieler, muss man echt sagen. Ah. Ich kenne den Namen... Den Namen selber tatsächlich nur aus Final Fantasy 6. Da hießen Charakter tatsächlich so. Wir müssen was essen. Mal gucken, was kann man hier noch anstellen? Er hat auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Gesicht. Und ich mag... Ich persönlich mag auch eher ungewöhnliche Gesichter. Also, ich finde ihn auch ganz hübsch. Sieht auf jeden Fall nicht so generisch aus wie die meisten Schauspieler auf jeden Fall. Das heißt, man kann sich sein Gesicht auf jeden Fall merken. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Und jetzt liegt er hier. Oh, der ist weg. Boink. So. Noch ein paar Frische. Wir fangen ja das weg, bis nix mehr existiert. Ähm. Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Es ist spät genug. Bis wir zu Hause angekommen sind, fallen wir sowieso wieder von Müdigkeit um. Weil diese leuchtenden Blumen sind so schön. Unsere Ausdauer ist jetzt fast runter. Und, äh... Um zwölf Uhr fallen wir sowieso um. Deswegen... Ich denke, wir haben echt... Wir haben... Ja, doch. Ordentlich was gesammelt. Und nur neun Mäppelhörb. Da fehlt doch eins. Hm. Ah ja. Was wird's? Genau, elf Uhr. Und man sieht jetzt schon, es fängt schon an zu wabern. Außenrum. Geht, geht, geht. Wir bringen das Zeug noch schnell weg. Wir weiß nämlich noch nicht, ob wir das noch brauchen. Jetzt schon verarbeiten müssen. Ich glaube eher noch nicht. Äh... Genau, das kommt da hin. Dann kommen die Mäppel. Ups. Dann müsste eigentlich das Fell kommen. Dann kommen die Schmetterlinge. Dann kommen die. Von dem haben wir noch nichts. Davon haben wir auch nichts. Das sind die Blubberblasen. Ähm... Von dem haben wir eh gerade keine Extrakte. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn die da gerade den Platz belegt. So. Ab ins Bett. Dann kommen die Schmetterlinge. Something, something feels strange. I had some kind of weird dream, I'm sure. You've been saying that for the past few days. What kind of dream was it? That's the problem. I don't remember what the dream was. It must be an ordinary silly dream. No, I mean something strange. Is it because the bed has changed? Maybe so, but I'm getting some kind of feeling that it's important. I should try asking other people too. Das Bett hat sich verändert. Mir gar nicht aufgefallen. Bump. Ja, was ist das? This is such a quiet place. What? Hello, are you Ellie Blue River? ETF. Uh, yeah? Yes, I'm Ellie Blue River. You registered the Witch's Catalog not too long ago, right? Yes, but why? I'm not a suspicious person. Absolut nicht. Fuchsgesicht. Gar nicht. Es ist gar nicht irgendwie gruselig. Mm-mm. Vertraue in meinem Fuchsgesicht. Man kennt's. In jedem Anime, die Verarschnein nie. Mm-mm. My name is Kent. I work for the Witch's Human Information Exchange Department. I think it's my first time hearing of such a department. It's a department created by witches to provide information that they find useful to humans. It's been quite a while since it was created, but since you haven't heard of it, are you an apprentice witch? Uh, yeah? I came here recently. So then. Hey, who are you talking to again? Oh, that witch or whatever from the Exchange Department. Alright. Is that a talking head? Oh, then. Master Witch is not here right now. She's talking through the head. Master Witch is not here. Because she's busy. He's from the Exchange Department. Must be because of the villagers. Villagers? Yes, that's right. The Master Witch seems to know well about us. I know a little bit. Since I left everything related to the Witch's House, really, you can talk to her. Right. I'm in charge of the Witch's House now. Alright. I got it. I'll do that for today. But what will be... But what will we be talking about? Don't worry. I won't... I will only ask simple questions. If you answer well, there is even a prize. Oh, God. I'm in charge of it. Wow, a prize? But what kind of question? You don't need to worry. Since there are formal and trivial questions. What is the name of the village that the Witch's House you're currently staying at is in charge of? Actually, Wisteria. But I'm not sure if I should trust him. I'll just trust him now. It's Wisteria! I see. Wisteria. Oh, it's here. Then how many villagers are living in Wisteria at this time? That's... Just a minute. To Elson's vier Leute. The old Ziegel, the Fuchs, the Drache and Kaya, the first time to go to the city. The fifth time will be coming soon. Oh, there are four... Four. Four people are living there now. Four people. Did you say four people? Yes. Ina, Ravram, Ardman, Kaila who moved here recently. Kaila is actually... Kaila is... According to this data that I have, Wisteria used to be a village where 20 people lived at seven years ago. Oh, that's probably right too. They say a prickly vine that was destroying houses suddenly appeared in the village few years ago. So many villagers left that there are only a few people remaining. Prickly vines destroying houses. Can I go to the village for a minute and take a look? Of course, I guide you. You are reliable. Since I'm in charge of the witch's house, leave everything to me. Ich trau dir nicht. Ha, ha, ha. I guess it was true. I remove the prickly vines around here. Although it still remains elsewhere. I'm here now. I get rid of all the prickly vines and bring the villagers back again. Ella, you're so reliable. I've already brought Kaila. I hope to see a noisy village with everyone gathered together soon. I hope so. I'm also looking forward to it. Since you answered all my questions so well, I should give you a prize, right? Already? But I don't think you asked that many questions. You've answered all the important questions well. So as a prize... Ta-da! I'll give you some candy. Ooh, bum-bums. Wow, it looks delicious! I'll give you one more candy since you've answered all of my questions without any mistakes. Oh! Wow, thank you! Eat carefully. Okay, I'll enjoy it. I'm going to leave now. Are you going to leave right away? Yes, I also have to go somewhere else. I've heard everything that I need from here. Oh, and the Master Witch knows, but let me know of changes in villager numbers. I'll leave my office address. Yeah, okay. See you next time, Alley Blue River. Goodbye! Bye! 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 Bye!